Da heißt es in Hebräer 11, Vers 20, durch Glauben segnete Isaac den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Ihr schlagt bitte Malachi 1 auf, Malachi Kapitel 1. Einfach das Matthäus-Evangelium aufschlagen, das Buch davor ist das Buch Malachi, das letzte Buch des Alten Testaments, Malachi Kapitel 1. Aber nochmal hier Hebräer 11, Vers 20 lese ich vor, durch Glauben segnete Isaac den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Also sowohl Jakob als auch Esau wurden durch Glauben von Isaac gesegnet. Ich meine, kann man wirklich sagen, dass Gott die Person Esau gehasst hat? Auf keinen Fall. Esau war ein gesegneter Mann zu seinen Lebzeiten. Nun, er hat sein Erstgeburtsrecht verwirkt und er hat nicht denselben Segen bekommen. Deswegen heißt es auch im Hebräerbrief, dass er verworfen wurde bezüglich des Segens. Er hat einen Segen bekommen, aber eben nicht denselben Segen. Nicht den Segen, den er bekommen hätte, hätte er nicht sein Erzgeburtsrecht verkauft, um meiner Speise willen. Denn Esau ist der ins Land Kanan eingezogen. Nein, es war natürlich nur dem Volk Israel, Gottes Volk, vorbehalten. Damals war es im Alten Testament noch ein fleischliches, tatsächliches Volk, eine weltliche Nation. Aber sinnbildlich natürlich hindeutend auf Gottes wahres Volk, auf Gläubige, die eben das Land Kanan einziehen in das gelobte Land. Was natürlich ein Symbol für Errettung ist. Das heißt aber auch nicht, dass Esau die Person nicht gerettet war. Ich glaube, dass Esau gerettet war. Ich meine, er wurde durch Glauben von Isaac, seinem Vater, gesegnet. Ich meine, durch Glauben, Gott hat ihm gesegnet, den Esau. Aber er hat eben nicht denselben Segen bekommen, wie sein Bruder Jakob. Da wurde er verworfen in dieser Hinsicht. Man könnte sich fragen, wenn man das liest im Hebräerbrief, dass Esau verworfen wurde. Ja, wow, warte mal. Esau war verworfen, war er ein Verworfener im Hinblick des Glaubens. Dass er ungläubig war, nicht mehr gerettet werden konnte. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt damit, mit verworfen an der Stelle. Sondern er wurde verworfen bezüglich des Segens, bezüglich des Erstgebotsrechts. Ja, und da gab es eben kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr, wenn Gott eine Entscheidung ein für alle Mal getroffen hat. Und was war die Entscheidung? Hey, ihr müsst zu Abraham dazugehören. Ihr müsst zu Isaac dazugehören. Ihr müsst zu Jakob dazugehören. Ihr müsst in der richtigen geistlichen Abstammungslinie sein, um zu erben. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Genauso wie Errettung einmalig ist und es kein Zurück mehr gibt. Einmal gerettet, immer gerettet. Genauso gibt es auch kein Zurück mehr, wenn Gott jemanden eben buchstäblich verwirft. Ja, dass er nicht mehr glauben kann. Hat er seine Chancen bekommen? Ja, natürlich. Aber es gibt eben einen zu spät. Spätestens dann, wenn jemand zur Hölle fährt, natürlich. Aber wenn es um Esau geht im Hebräerbrief, ich möchte einfach nur darauf eingehen, weil das eine Sache sein kann, wo jemand im Zweifel aufkommt an Esaus Errettung. Was aber nicht begründet ist, wenn es da heißt, dass er verworfen wurde, geht es um den Segen im Kontext. Nicht darum, dass er tatsächlich ungläubig war und verworfen wurde hinsichtlich des Glaubens. Das ist nicht der Fall. Wie gesagt, die Person Esau, die wurde nicht von Gott gehasst. Die war von Gott gesegnet. Und er war ein ziemlich mächtiger Mann. Und wir sehen auch eben, dass Esau sich dann versöhnt hat mit Jakob und seinem Bruder. Es war Zwietracht unter ihnen, logischerweise, aufgrund der Betrügereien. Aber letzten Endes sind die beiden wirklich in Ordnung geworden. Und Jakob ist natürlich in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für uns. Also man muss schon die ganze Bibel lesen. Die Bibel sagt eben, Gutes und Schlechtes. Und natürlich war Jakob letztendlich ein Vorbild für uns. Und auch Esau sehen wir dann eben, Esau hat sich versöhnt mit seinem Bruder. Warum sage ich das? Falls dir Zweifel aufkommen, ja war Esau wirklich gerettet, weil da dieses Wort verworfen steht im Hebräerbrief. Hier ist das Ding ein wirklich verworfener, in dem Sinne, dass er nicht mehr gerettet werden kann. Wie wird er beschrieben in Römer Kapitel 1? Als unversöhnlich. Was hat aber Esau gemacht? Esau hat sich versöhnt mit seinem Bruder. Er war also kein Verworfener, in dem Sinne, dass er nicht mehr gerettet werden konnte. Das wollte ich nur anführen an der Stelle. Ihr seid in Malachi Kapitel 1 in Vers 3 bis 4. Da heißt es, Malachi 1 Vers 3 bis 4. Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr. Danach habe ich Jakob geliebt. Esau aber habe ich gehasst. Und seinen Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht. Und seinen Erbteil den Schakal in der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen. So spricht der Herr der Herrscharen. Sie mögen bauen. Ich aber werde niederreißen. Man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Später dann, das Volk Edom. Das war eben das Volk, das Gott gehasst hat. Sie waren ein extrem gottloses Volk. Sie haben natürlich nicht an den Herrn geglaubt.